Auf der www.erfolgs-online.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals-Aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie entspannt. Loa. Wie Sie die Ja-Aber-Falle überwinden. Es gibt viele fundamentale Naturgesetze. Viele davon haben Sie und ich in der Schule gelernt. Das Wichtigste aber hat uns niemand beigebracht. Das Gesetz der Anziehung. Eingeweihte kennen ist weltweit mehr unter dem Namen Love of Attraktion. Loa. Loa wirkt immer, überall, ob Sie daran glauben oder nicht. Mir selbst ist das schon vor Jahren bewusst geworden. Ich habe in meinem Leben einige krasse Höhen und Tiefen mitgemacht. Und ich habe mich schon früh gefragt, ob ich all diese positiven und negativen Ereignisse gewissermaßen geistig angezogen habe. Heute weiß ich, ja genau das habe ich getan. Denn jeder Mensch wendet dieses Loa ständig an. Bewusst oder unbewusst. Ich glaube, es war Henry Ford, der mal sinngemäß gesagt hat, egal ob du denkst, dass du es schaffst oder du denkst, dass du es nicht schaffst. Du hast auf alle Fälle recht. Und deswegen ist es so tückisch, dieses Loa. Wenn Sie es nicht kennen und ständig mit Gedanken des Versagens beschäftigt sind, dann ziehen Sie genau diese Dinge in Ihr Leben. Genau dasselbe gilt für die Ja-Aber-Falle. Als Berater spreche ich viel mit Menschen, die in irgendeiner Bedrohle stecken. Und natürlich kommt jeder, der in der Notlage ist, von mir einen praxisnahen, effizienten Tipp, wie er da wieder herauskommt. Und was bekomme ich als Antwort? Meistens jedenfalls ein negatives, aufgeladenes Ja-Aber. Diese beiden Wörter bringen eins zum Ausdruck. Auf der anderen Seite ist der Leidensdruck wohl noch nicht hoch genug. Denn dieses Ja-Aber ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass meine Gesprächspartner keineswegs die Absicht hat, wirklich etwas Grundlegendes an seinem Leben zu verändern. Vielmehr leitet er mit diesen Worten tausend und eine Ausflucht ein, um das Problem erst gar nicht anpacken zu müssen. Und das bedeutet, dass nach dem Loa, na klar, die als unangenehm empfundene Situation, die Gefahr also, sie verstärkt sich noch. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Wollen Sie lernen, der Ja-Aber-Faller endgültig ein Schnippchen zu schlagen, mehr Lebensqualität in den Leben zu bringen und endlich zu lernen, neue Herausforderungen beherzen und ohne Angst anzugehen und durchzuziehen? Dann holen Sie sich meinen Ratgeber, hilf dir selbst, hilf dir Gott. Hier finden Sie jede Menge praxiserprobte Methoden, mit denen Sie Ihr Leben mutig und entschlossen in die eigenen Hände nehmen. Sie ölen damit quasi Ihre geistige Beweglichkeit und lernen extrem flexibel auf gefährliche Situationen zu reagieren. Situationen, die Sie vorher als negativ eingeschätzt haben, enthüllen Ihnen plötzlich ein vorher ungeahnt positives Potenzial. Und was für negative Einflüsse gilt, gilt in Bezug auf das Loa natürlich auch auf positive Faktoren. Sie ziehen die angenehmen Ereignisse kontinuierlich in Ihr Leben, wie ein Magnet. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsunline.de nach weiteren interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.